Hey, Internet und YouTube, wir sehen zurück bei dem Typen hier. Irgendwie ist ja alles ganz seltsam. Hi, wie geht's? Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Jetzt ja, lasst mich raten, ich habe den Auftrag, euch zu töten. Und ich würde es verdienen, oder? Ja, ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Herr Sine ist zu mächtig. Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Oh Gott, ich muss beide Optionen sehen, weil ich einfach zu neugierig bin. Es tut mir leid. Was mache ich? Oh Gott! Ihr müsst sterben. Wie ihr wollt. Okay. Also gut. Also gut. Ihr wollt sterben? Also gut. Wollte sterben? Na gut. Wir wollen. Kein Problem. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was soll auch jetzt? Wo bist du? Warum ist es bei dir hier so seltsam, komisch, schön? Wollte boh, 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 boh. Das ist ja voll angenehm hier mit dir. Naja. Ich bin etwas... Hier kämpft jemand. Hier kämpft jemand. Deutschland. Hey. Hallo. Ja, lauter Jäger hier. Warte, 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 warte. Hey, hey, hey. Stopp, stopp, stopp. Du kriegst gleich den Schock deines Lebens. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Natürlich. Hey. Was sagst du jetzt? In Häuten? Oh mein Gott. Lödi, lödi, alles in Ordnung. Wow, wie siehst du aus? Wow. Ich hoffe, hier sind keine anderen Deppen da, die mich jetzt für den anderen halten. Denn sonst... Oh, okay. Das haltet immer so nach, dass ich, glaube ich, hinter mir... Okay, ich kann jetzt nichts... Oh, Mann. Tun. Lödi, wir müssen kurz warten. Bis ich... streichle mich. Mein Fell. Was? Okay, sorry. Sorry. Vielleicht war das etwas zu... Okay, wie kann ich denn das rückgängig machen? Ja. So, ähm... Und sonst geht's euch gut, YouTube? Ich weiß nicht, wie ich das beschleunigen kann. Oh, shit. Wie war denn das? Charakter-Menü ist für Werwölfe nicht verfügbar. Habe ich keinen Charakter? Ja... Das war jetzt vielleicht nicht die... Grandioseste Idee aller grandiosen Ideen. Hey! Nomm, 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 nomm. Ah! Alles klar. Lödi. Zieh nicht hin. Gleich bin ich wieder nackt. Also, du möchtest das. Däh. Na? Okay. Jetzt muss ich mich wieder anziehen. Es tut mir leid. Okay. Die Leiche... Äh... Die Haut abziehen. Jo! Hallo! Oh. Bitteschön. Ich habe getan, warum ihr mich gebeten habt. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Seht genauer ein. Mein Ruhm soll euch vor allen Widrigkeiten dieser Welt schützen. Gute Jagd. Ähm... Haut des Erretters. Gut. Meine Belohnung ist also die Haut des Erretters. Und die ist was? Jetzt ziehe ich doch nicht an, sowas Ekelhaftes. Magieresistenz steigert die Giftresistenz. Ja, das ist nett. Brauche ich nicht, aber... Ja. Ich meine, so viel zum Thema... Sinnlänge. Okay. Du. Rede mit mir. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Pass auf, ich habe den Autor gar nicht zu töten. Ich kann euch nicht davon... All right. Aber wenn ihr mich... Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Du tötest alle, die hierher kommen. Eigentlich ist es nicht nett, dich leben zu lassen, aber... Ich sag mal ja. Den Göttern sei Dank. Kümmern wir uns jetzt um die anderen Jäger. Gemeinsam. Wieso sollte ich... Auch als Wehrwolf? Gut, 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 gut. Gemeinsam als Magie. Gemeinsam. Halt. Bruder. Gemeinsam als Hupen. Hi, was sagst du dazu? Überrascht? Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Vor allem in der Form, oder? Okay. Welcher Jäger? Wie konnte ich das hier übersehen? Nee. Wie konnte... Boden? Hallo! Körger! Körger! Oh, guten Flug. Oh, mit Anlauf! Baby! Daneben. Wollt du Hilfe? Ich leine euch unter die Hunde. Komm mit, mein Freund. Oh, yeah. Hallo! Schau! Nom, nom, nom. Da kannst du mit deinem Pfeilchen hier herum tun. Shut up! Sei tot! Tot! Meine Güte, muss ich dir erst zeigen, wie das geht. Ist noch jemand hier? Hey. Wo? Angriff! Ah! Hello! Lassen wir die Spielchen! Ha, das hat gesessen, ha? Oh! Damit sie auch morgen noch kräftvoll zu beißen. Können. I like it. Guten Flug. Miner! Ach, sorry! Sorry! Ihr werdet mich die Oberhand gewinnen. Greif ja nicht, Lödian. Oh, wir blick ich ziemlich um. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Jetzt ist aber gut. Der letzte Jäger ist tot. Ich danke euch für eure Hilfe. Hier soll mein neues Zuhause sein. Weit entfernt von Menschen, die ich verletzen könnte. So will. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Ja, und nun? Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Und wie, inwiefern bist du mir jetzt in Zukunft von Nutzen? Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Er sagt immer das Gleiche. Ich würde das jetzt nicht unbedingt nützlich nennen. Um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Hey! Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Das war's. Beim anderen kriege ich was um 2900 oder irgendwas. Du siehst gut aus im Mondlicht. Du kleiner Gnuffi. Du kleiner Gnuffi. Ich dachte, wir wären Partner oder du gehst mit mir mit und wir fressen beide. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Ah, du nervst mich. Okay, wie oft noch? Gut, Leute. Lassen wir den Idioten hier in Ruhe. Okay, ich werde nicht nochmal neu laden, weil das Geschenk von Ding war zwar nett, aber... Ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht so, als hätte ich es nötig. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. 47 Gold. Na, besser als nix. Besser als nix. Wenn der Tümpel nicht geirrt... Ich will noch einmal hier rundherum gehen. Obwohl, das bringt hier ohnehin nichts. Aber hier... Man, da trinkt es ja wabla bla aus da. Das nehme ich mir trotzdem mit. Okay, und warum bleibst du, Idiot, jetzt eigentlich ein Wolf? Ich meine... Warte, was war das für ein Zaubertrank? Der kleinen Heilung. Ein kleines Glühwimmchen! Hab ich. Ich hätte nicht gedacht, euch noch einmal zu sehen. Was passiert? Wenn du mir einfach zu oft auf die Nerven gehst. In dem gleichen Satz. Und... Meine Güte, Lüdi! Das war knapp. Ja, dann passiert einfach das Gleiche noch einmal. Okay. Ja, naja, ist okay. Bleib hier. Bleib hier. War eine interessante Quest. War gut. Vor allem der Ort hier. Gefällt mir gut. Danke für den Hinweis. Okay, dann machen wir jetzt folgendes. Hier ziehe wir dann wenig sauer auf uns sein, oder? Naja. Abgeschlossen ist abgeschlossen. Wir werden ihm nicht mehr begegnen. Oh! Oh! Oh, 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 shit! Ähm... Ich habe ihn nicht erwischt. Ihr habt nicht versagt, mein Diener. Indem ihr meine anderen Jäger ausgelöscht habt, habt ihr die Jagd auf den Kopf gestellt. Problem! Sie fahren keine Lachträger vor. Ha! Ha! Das ist... Ihr amüsiert und beeindruckt mich weiterhin. Geht hin mit meinem Segen. Lüdi hat gerade zu tun, okay? Oh, okay. Dann war doch alles gut. Au! Komm hier runter. Hier runter. Lüdi, du schaffst das. Komm hier. 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 Oder landest du jetzt ohnehin, mein Freund? Okay, es dauert. Wuhljot. What? Ich habe ihn noch. Ich habe noch was. Nur einen Namen. Pass mal auf. Lüdi, du stehst. Ich feier. Es tut so gut. Jedes Mal. Jiga. Ein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Ich glaube, ich habe schon Dutzende gesehen. Die Leute fragen sich, warum ich das nicht mitnehme, aber ich brauche keine Kohle mehr in Höchstlichkeit. Ich werde verstaunen, aber wozu das nicht? Aufwand. Lüdi, mich beunruhigt ist. Warum hatte der Typ einen Namen? Ich kann mich auch nicht mehr an den erinnern. Aber ich denke, wir haben alles gut gelöst hier. Drache besiegt, beide alle zufriedengestellt, ein paar Jäger getötet, die waren ohnehin. Und. Und zwar. Ein Schwarzdorn mit. Das war der komische Knilch hier. Okay. Nächsten Part. Danke fürs Zusehen. YouTube macht's gut. Tschüss.